Ich bin Subayf Rahm Organisation. Liebe Geschwister, wir sind hier in Darmstadt. Es regnet, wir sind gut eingekleidet. Wir haben hier Teig, sehr schlau beschrieben von mir. Das ist gefüllt mit Hackfleisch und das steht zum verkauf. Das ist ein Montekuchen, also der ist ein richtiger Hammer. Die Kunden, die es gekauft haben, haben gesagt, das ist unbeschreiblich. Ihr seid wirklich die Besten. Das ist ein Kuchen ohne Teig, gefüllt nur mit Nuss. Ich habe ihn vor 15 Minuten bekommen, den Kuchen, von Geschwistern und das sind direkt schon drei Stücke schon weg. Das ist Finsch, das kennen wir ja aus Marokko. Ein Brandteig gemacht, also salzig ist das, schmeckt wirklich sehr gut. Und das ist von der Schwester.